So, liebe Kinder, die Stunde ist jetzt fast vorüber und wir können gleich endlich Schluss machen. Eine Sache fehlt allerdings noch, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, und zwar die Hausaufgaben. Und für die Hausaufgaben braucht ihr euer Buch, das schlagt ihr bitte auf, auf Seite 132. Und da macht ihr die Aufgaben 1 bis 3 komplett, Nummer 4a. Und die Nummer 5, gebe ich die euch. Was meint ihr, wollt ihr da was zusätzlich machen? Ah, nö, nö, wir wollen nicht zusätzlich machen, die ersten Aufgaben sind schon genug, Herr Decker, bitte nicht. Doch, wir wollen was zusätzlich machen, auf jeden Fall, bitte geben sie uns hier auch auf. Ja, das finde ich gut, dass du so motiviert bist, Nils. Und ich finde, der Nils hat auch recht, er könnte ruhig mal ein bisschen mehr machen und dann kriegt er die Nummer auch noch auf. Boah, nee, ne, haben wir jetzt gerade wirklich mehr aufbekommen, nur weil Nils das wollte? Ich fasse es nicht, wie kann man denn da Ja sagen? Ey, Jonas, hast du das gerade mitbekommen? Wir haben jetzt nur deswegen, nur wegen Nils mehr aufbekommen. Ich bin so sauer gerade. Klar habe ich das mitbekommen, richtig dämlich von dem. Ich bin richtig wütend. Ja, das war wirklich dumm. Wir müssen uns irgendwie nachher an dem rächen, wir müssen uns mal überlegen, wie wir das machen. So, Kinder, die Hausaufgaben, die wisst ihr jetzt und das heißt, dass wir heute durch sind und ihr könnt schön nach Hause fahren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Steht ja Nils. Na, warte, dem sage ich jetzt erstmal schön meine Meinung. Herr Nils, was war das gerade für eine Aktion? Nur wegen dir haben wir jetzt mehr aufbekommen, da habe ich so keine Lust drauf. Was bringt dir das, wenn wir mehr aufkriegen? Na, mir macht es einfach Spaß, wenn wir Hausaufgaben machen können. Das ist mir doch egal, was du davon hältst. Das ist nicht mein Problem, wenn du nicht so viel haben willst. Aber wir hatten doch sowieso schon so viel. Dann musst du doch nicht extra dann noch aufzeigen und darum betteln, dass wir mehr Hausaufgaben kriegen. So unnötig von dir. Tja, dann musst du jetzt halt damit leben. Mir ist das egal. Und ich gehe jetzt erstmal auf Toilette. Wenn ich jetzt die Tür hinter mir zumache, dann habe ich endlich meine Ruhe vor euch. Boah, reckt der mich auf, ey. Aber weißt du was, mir ist gerade eine Idee gekommen. Was hältst du davon? Wenn wir jetzt einen Stuhl holen und die Tür so verriegeln, dann kann der nicht mehr rauskommen. Das hätte er sich richtig verdient. Okay, das machen wir. Okay, cool, dass du dabei bist. Dann sollten wir jetzt aber erst eben nach oben in den Klassenraum, damit wir einen Stuhl holen können. Hier ist der Klassenraum. Gut, dass schon alle weg sind. Wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn Herr Decker da wäre, weil dann würde das irgendwie komisch kommen. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Stuhl. Da drüben ist ein freier Stuhl. Den können wir nehmen. Ja, genau, den nehmen wir. Der passt da bestimmt richtig gut hin und wenn unser Plan aufgeht, dann ist die Tür richtig schön verriegelt. Jetzt ist der Stuhl unter dem Griff und die Tür geht nicht mehr auf. Es hat funktioniert, Marvin. Jawohl, sehr schön, Jonas. Ich freue mich schon gleich auf das Gesicht von Nils und wieder der nach und bettelt rausgelassen zu werden. Das geschieht ihm einfach recht. Also, jetzt bin ich ja schon eine Weile hier drin und Marvin und Jonas, die sollten inzwischen auch weg sein. Dann kann ich wieder rausgehen. Ich habe nämlich gar keine Lust auf die. Aber, aber, die Tür, die geht ja gar nicht auf. Was ist denn mit der los? Die lässt sich ja kein Stück bewegen. Die ist ja zu. Aber wieso das denn? Tja, Nils, das hast du jetzt davon, dass du uns mehr Hausaufgaben aufgegeben hast. Ja, das hast du jetzt schön verdient. Marvin, bist du das? Hast du die Tür etwa verriegelt? Was soll das denn? Jetzt komme ich ja gar nicht raus. Die scheinen das wohl wirklich durchzuziehen und dann komme ich ja gar nicht durch die Tür raus. Hm, ich muss hier irgendwie anderweitig raus. Also, vielleicht schaffe ich es ja, hier über die Wand zu kommen. Dann kann ich auf die Darmtoilette gehen und dann komme ich da raus. Aber hoffentlich erwischt mich dabei aber niemand. Äh, 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 wenn ich nur etwas größer wäre. Ich muss wirklich ganz, ganz hoch springen, damit ich da noch drankomme. Ja, ich habe es geschafft. Jetzt muss ich hier noch so meinen Körper drüber kriegen. Äh, äh, jetzt bin ich ja kopfüber. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Puh, geschafft. Jetzt kann ich über den Ausgang rausgehen. Hey, ihr Idioten, ihr könnt mich da doch nicht einfach einschließen. Ihr hättet mich mir halt wirklich drin gelassen, oder? Aber der Plan ist jetzt nicht aufgegangen. Ich bin rausgekommen. Ah nein, du bist ja über die Mädchentoilette rausgekommen. Ah Mist, schade. Aber hoffentlich hattest du so richtig Angst. Das geschieht ja einfach recht nach dem, was du heute gemacht hast. Pah, ich hatte doch keine Angst. Ich doch nicht. Ich bin schon ein ganz großer Mann. Und jetzt gehe ich auch. Ich habe keine Lust mehr, mit euch hier rumzuhängen. Tschüss. Ah, schade Jonas. Es wäre echt lustig gewesen, wenn er da nicht mehr rausgekommen wäre. Aber na gut. Dann gehen wir wohl auch nach Hause. Ja, das wäre echt cool gewesen. Aber er hat es irgendwie geschafft, doch da rauszukommen. Naja, egal Marvin. Wir sehen uns dann morgen dann. Ciao. Hey Freunde, das war es leider auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Genauso könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr keine Abenteuer mehr mit uns verpasst. Um auf Nummer sicher zu gehen, klickt ihr am besten auf die Glocke. Des Weiteren findet ihr hier an der Seite weitere tolle Geschichten. Klickt einfach drauf. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Tschüss.